Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Wie manche vielleicht schon am Titel gesehen haben, geht es heute um Adventskalender für Nara. Manche von euch haben sich jetzt vielleicht auch gefragt, warum ich das jetzt schon drehe, denn es ist ja erst Ende September. Der Grund dafür ist ganz einfach. Diejenigen Leute, die so einen Adventskalender verkaufen, die machen den meistens selber. In dem Fall, die beiden, die ich vorstelle, sind auch beide handgemacht. Die brauchen natürlich ein bisschen Zeit, um die auch machen zu können. Deshalb, die meistens auch nur noch bis Ende September erhältlich sind. Ich weiß, das Video ist jetzt doch ein bisschen spät geworden, aber ich hatte... Ich weiß, das Video ist jetzt doch ein bisschen spät geworden. Ich hatte aber extrem Stress. Deswegen kann ich es erst jetzt drehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde euch jetzt kurz mal erklären, wie dieses Format hier funktioniert. Also, das Format ist ein Vierteiler, wobei ich zwei verschiedene Adventskalender vorstelle. In den ersten beiden Videos stelle ich jeweils den Adventskalender vor, so wie ich jetzt hier den allerersten vorstelle. Und dann gibt es danach zwei, die aber erst um Weihnachten herum rauskommen, wo ich dann ein Review zu den beiden drehe. Das heißt, ich packe jeden Tag... Das ist so eine Art Adventskalender-Diary, weil ich jeden Tag sozusagen filme, was drin ist. Und ja, ich weiß, dann ist der Adventskalender ja natürlich schon vorbei. Aber diese Adventskalender gibt es aber nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr. Und damit ihr dann für nächstes Jahr wisst, wie die ungefähr aufgebaut sind, weil natürlich machen die keine Beispielbilder vom Jahr davor, werde ich dann das eben zeigen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir jetzt zum allerersten Adventskalender. Der ist von Ringe, Zahn und Löwenblume. Sehr viele von euch kennen vielleicht den Shop schon, ich verlinke ihn ja hier in der Infobox. Vor allem diejenigen von euch, die Kaninchen und Meerschweintchen haben, die werden ihn vermutlich noch eher kennen, als die Leute mit kleinen Nagern. Aber vor kurzem kam eine ganze Ecke für Farbmäuse, Rennmäuse etc. dazu. Ich werde jetzt auch dann hier irgendwo im Bildschirm ein Bild auch einblenden, wie der in etwa aussehen wird. Diesen Adventskalender gibt es in drei Größen, nämlich Mini, Standard und Maxi. Die haben natürlich auch verschiedene Eigenschaften, versteht sich ja. Der Mini und der Standard sind jeweils für zwei Kaninchen bzw. zwei Meerschweinchen und dann dementsprechend mehr kleiner. Das heißt, diese Angabe für zwei Kaninchen reicht ungefähr für meine Mäuse. Das ist natürlich perfekt. Dann ist beim Standard zusätzlich noch etwas für den Menschen dabei. Das heißt, ab und zu gibt es auch kleine vegane Mitgipsel für den Menschen, die dann einen Warenwert von 20 Euro haben. Und beim Maxi ist natürlich dasselbe, auch Produkte für den Mensch dabei. Wobei beim Maxi ist nicht für zwei Kaninchen Meerschweinchen, sondern vier Kaninchen bzw. Meerschweinchen oder dementsprechend natürlich auch nochmal sehr viel mehr kleinere. Der Inhalt von diesem Kalender sind Produkte aus dem Shop, die ihr auch auf der Website findet. Könnt ihr dann selber mal schauen, ob euch da was zusagt. Dann auch Neues. Aber, und das finde ich persönlich am coolsten, es gibt auch exklusive Produkte. Das heißt, Produkte, die extra für diesen Adventskalender von hier angefertigt wurden und auch nur dann erhältlich sind. Diese Produkte könnt ihr danach nicht mehr kaufen. Und deswegen lohnt sich das auch ganz besonders. Ich gebe gleich zu, ich habe die Standardversion schon bestellt und gekauft, natürlich, da ich ja auch das Review drüber drehe. Ich habe jetzt aber nicht Maxi genommen, weil ich ja nicht so viele Mäuse habe, aber Standard, weil ich eben Sachen für Menschen dabei haben möchte. Kommen wir jetzt zur Deko. Bei Mini sind jetzt nur die Tütchen dabei, ohne eine Aufhängung oder irgendwelche zusätzliche Deko. Das könnt ihr natürlich dann selber machen, indem ihr zum Beispiel das Ding locht und dann aufhängt oder so. Allerdings finde ich die Standardversion sehr viel netter für die Weihnachtszeit, denn erstens ist da eine Aufhängung dabei und zweitens ist sowohl bei Standard als auch Maxi eine Lichterkette mit im Preis inbegriffen. Das heißt, man kann sozusagen da, wo man es aufhängt, es auch noch sehr schön verziehen und das gefällt mir persönlich am besten, weshalb ich auch die Standardversion genommen habe. Manche von euch haben vielleicht ein Tier, das keinen Fruchtzucker verträgt, zum Beispiel Zwerghamster. Für diesen Fall hat sie auch vorgesorgt, dann müsst ihr einfach eine kleine Notiz dazu schreiben, dass ihr ein Tier habt, das Fruchtzucker nicht haben darf. Oder wenn ihr es nicht wollt, könnt ihr es natürlich ebenfalls schreiben. Dann wählt sie Produkte aus, in denen kein Fruchtzucker enthalten ist. Das heißt, auch mit einem Zwerghamster könnt ihr ohne Probleme diesen Adventskalender für euren Liebling kaufen. Kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Diesen Adventskalender gibt es nur noch bis zum 31.09. Das ist dieser Sonntag. Deswegen tut es mir besonders leid, dass ich es jetzt am Donnerstag schaffe, zu drehen und zu schneiden und dann auch hochzuladen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm und ihr schaut trotzdem mal vorbei. Ich fände es nämlich wirklich sehr schön, weil die Idee ist auch total toll. Und ja, kommen wir jetzt mal zu den Preisen. Vorneweg, der Preis, den ihr da bezahlt, entspricht praktisch dem Warenwert. Der Mini-Adventskalender kostet 49,99 Euro. Der Standardkalender kostet durch diese Sachen für den Menschen, die nochmal einen zusätzlichen Warenwert von 20 Euro haben, 74,99 Euro. Dazu kommt ja auch noch die Lichterkette, deswegen ist es ein klein bisschen teurer. Das ist der, den ich genommen habe, den für 74,99 Euro. Dann gibt es noch die Maxi-Version. Der hat Sachen für den Menschen drin und für doppelt so viele Kaninchen und Meerschweinchen und Nahrer. Und auch wieder Lichterkette, Deko etc. und kostet 99,99 Euro. So, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Wenn ja, schaut doch auch auf jeden Fall mal bei dem Link vorbei. Würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr einen der drei kaufen würdet. Wenn ja, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare und später vielleicht auch mal, wie es euren Nahrern gefällt. Wie es meinen Nahrern gefallen wird, werdet ihr dann in Teil 3 erfahren. Das wäre es jetzt auch von uns. Nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, wird auch kurz danach Teil 2 kommen, wo ich dann einen weiteren Adventskalender vorstelle für Nahrer. Allerdings von einer anderen Website. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei diesem Video vorbeischauen würdet. Und bis dahin noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.